Also, dann fängt es mal an. Luca und seine Auf und On Er lässt ihn ab. Castro. Gefährliche Flanke. Das kann er besser. Dante. Vizarro. Den Tore hat er gerettet. Der Es universelle Stoffen. Die Flanke. Und der Warnström ist die Flanke. Der Warnström ist die Flanke. Die Flanke. Und der Warnström ist das Nase. Er hat die Flanke. Das ist's. Warnström. Wer wird den Flanke. Und der Warnström ist zu phen. Das ist größt. Boah, Junge, dein Torwart ist richtig geil, der jetzt im Tor ist, von deinem, nein, deiner. Ich hab immer von meinen gehört. Oh, was? Nein, das war voll nicht eine richtige Entscheidung. Guck mal, guck mal das an, guck mal das an. Ja, hat man das nicht gesehen. So, Stärke. Nein, falsch, n***a. 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 Jetzt Christian Saccato. Na, leck. Ja, wenn der nicht... N***a. 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 Dreh den noch Super Essen wir auf, Mädels Der neue Dach in der Sieg spielt Ist so Alter Häh Wer ist denn hier so viel Diesen Pass konnte keiner Der Kollegen kriegen Wurz raus jetzt Ja Oh Junge Was für ein Abseits Ach Ach Junge Boss Er ist einfach zuvor losgelaufen Und zwar ins Abseits Die Zerro Es sieht so aus Als würde die Heimmannschaft Wieder die Abseitsfalle praktizieren Und das ist eine heikle Sache Wenn die nicht zuschnappt Dann wirds teuer Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball Was für eine Ecke Mein Gott Was war das für eine Ecke Mein Gott Was war das für eine Ecke Ja Junge Das dauert mir zu lange Ich will ja fast jeden Tag machen Ja Aber guck mal Ja Manchmal Ich will ja auch arbeiten weißt du Ja ich weiß Ja mein Junge Was ist da los heute Ja siehste Warum Wo muss man da pfeifen Abseits Er ist einfach zu früh gestartet Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld Und der Ball ralt vor dem Arm Und er landet die Maus Raphael Raus alle beide Und stehts auch raus Toch Ein Spieler am Boden Sieht so aus als hätte er sich gezerrt Castro Ja Alter Junge Pfff Ich war mir sicher dass das Ding im Netz zappelt Und dann fliecht er den raus Da sind die Einwurf Spezialisten gefragt Ja man Jaw'n Ow Das ist die Zahl nicht. Doch? Doch, das hat er ja von mir. Wahrscheinlich. So. Ich freue mich. Let's play FIFA mit dem Headshot Boy. Also nur die zweite Hälfte aufgenommen.